Memento Mori Gedenke des Todes Guten Morgen! Der Gedanke an den Tod ist einer der besten Möglichkeiten ein bewusstes Leben zu führen. Wir alle sterben und wir alle haben eine Uhr die rückwärts tickt. Bis zu dem Tag wo wir sterben. Den genauen Tag wissen wir alle nicht, aber ungefähr ist es die Differenz zwischen der durchschnittlichen Lebenserwartung und dem eigenen Alter. Sich darüber Gedanken zu machen, dass dieser Timer jede Sekunde unaufhaltsam läuft hilft im Leben Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Dieser Druck der dadurch erzeugt wird hilft auch offener und ehrlicher zu werden. Siehe dazu auch in meinem Video oben in den Infokarten. Wenn jemand zu mir kommt und mit mir redet und er in einer gewissen Unbewusstheit weilt, z.B. indem er sagt wie hilflos er ist und wir sind alle nur Marionetten der Wirtschaft usw. Und ich natürlich weiß was kommt und er einfach dieses Schema wiederholt was in den Medien, in der Angstindustrie oder der Wutbürger was immer wieder wiederholt wird, dann weiß ich was kommt. Dann ist das keine Kommunikation die ich in dem Moment führen möchte und dann sehe ich meinen Timer vor meinem geistigen Auge ablaufen und sehe in der Zeit wie ich mit Menschen unterhalten könnte deren Kommunikation offen abläuft, wo man wirklich miteinander redet, wo man zuhört und wo man nicht nur blub 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 und dann fällt es viel leichter zu sagen und natürlich auch in anderen Situationen die man bewusst vermeidet in seinem Leben, wo man einfach eine ganz normale Priorisierung schafft, dass man dann sagt, hör mal zu danke für deine Meinung, aber ich muss jetzt weiter das Leben leben. Ich möchte jeder hat die Chance seinem Leben einen Sinn zu geben und dieses Leben nach seiner Fassung zu leben und man ertappt sich und das ist bei mir genauso, dass ich mir auch noch dabei ertappe, dass ich in Situationen nicht mein Leben lebe und das was ich eigentlich tun möchte, sondern automatisiert in gewisse Verhaltsweisen rutsche und dann hilft es aber wenn man diesen Timer sieht, klick 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 wieder eine Sekunde weg, die nie wiederkommt, dann hilft es dann ehrlich und offen miteinander umzugehen. Erinnert Euch an die Situationen wo Euer Kind oder Eure Eltern oder Eure Freunde gestorben sind und wie ihr dann gedacht habt, mann ich rege mich so sinnlos über manche Dinge auf, dabei gibt es doch viel viel Wichtigeres auf diesem Planeten, nur leider vergisst man das ein paar Tage später oft wieder und die Bewusstheit ist weg. Auch bei Beerdigungen werden viele über die Kostbarkeit des Lebens richtiggehend bewusst. Der Tod, das Reflektieren über die Vergänglichkeit ist etwas sehr wertvolles, weil es eben extrem bewusst macht und Bewusstheit lässt Tage wie Jahre ausdehnen. Ich lebe auch durch Youtube seit 2 Jahren so bewusst wie noch nie, weil ich soviel nachdenke und gemeinsam mit Euch meine Handlungen und Gedanken reflektiere. Das ist ein wichtiger Punkt. Denke doch nicht soviel nach und lebe Dein Leben. Ja, das hat durchaus seine Berechtigung. Doch was machen die meisten Menschen? Sie denken nicht nach, aber leben das Leben eines anderen oder korrekter ausgedrückt das Leben DER anderen. Sie funktionieren wie Automaten, wie Roboter, die seit frühester Kindheit nicht die Möglichkeit hatten sich zu entfalten. Und das System in dem wir leben ist so perfide und suggestiv geworden, dass es sehr schwer ist aus diesem Kreislauf auszubrechen. Schönes Beispiel sind da immer die Menschen die unreflektiert sagen, schick Dein Kind zur Schule, Du musst ihm doch alle Möglichkeiten geben, damit er selber entscheiden kann was er will. Dass die Schule in ihrer derzeitigen Form oftmals gerade die freie Entscheidung NICHT fördert, sondern man durch Indoktrinierung von Wissen, genormten Verhalten und das fehlende Fördern von selbstständigem Denken unfrei erzogen wird, DAS ist der Fall. Das erkennt aber der Automat nicht mehr, der davon redet, dass man Kindern alle Möglichkeiten geben soll indem man es zur Schule schickt, er reproduziert nur was er gelernt hat, kein eigenständiges Denken mehr und er handelt wieder seinen eigentlichen Überzeugungen. Wir wollen unseren Kindern die Möglichkeit geben, aber wie man das tut darüber muss man bewusst reflektieren und nicht nur einfach Reproduktion von dem was wir gelernt haben was angeblich den Kindern helfen soll sich zu entfalten. Und dazu nochmal gesagt, das Schulsystem an sich ist kein schlechtes, es ist wichtig dass Kinder in eine Schule gehen. Die Schule in unserem derzeitigen System ist aber durchaus kritisierenswert. Die Problematik ist eben, dass man konditioniert ist und eine eingeschränkte Bewusstheit, dass man dieses nicht mehr durchdenkt was man sagt. Der Gedanke an den Tod hilft dabei. Jeder kennt auch den Ausspruch Cabe Diem, also dass man Deinen Tag sinnvoll nutzen sollte, aber dieser Ausspruch hat keine Kraft wenn die Begründung fehlt. Daher müsste es vollständiger heißen Cabe Diem Memento Mori. Genieße den Tag im Gedenken an den Tod. Eure Uhr tickt, seid Euch dessen bewusst und entscheidet ob ihr wirklich streiten wollt, ob ihr wirklich Euren Ängsten hingeben wollt, ob ihr wirklich Euer Leben den Anderen überlassen wollt und nicht endlich die Reißleine zieht und wenigstens Euch die Chance gebt mal das Leben zu kosten. Löst Euch von Euren Überzeugungen und auch mal eine Meinung eines Anderen anzunehmen ist als parallele Realität förderlich. Gerade wenn es Meinungen sind die Euch vielleicht intuitiv zusagen, die gut klingen, aber irgendwie nach Träumerei und Realitätsverlust klingt. Da muss bei Euch auch was klingen. Nämlich eine ganz große Alarmglocke. Das ist das was man Euch antrainiert hat. Wenn man so Gedanken hat. Das ist Träumerei. Das ist nicht real. Das hat man Euch als Kind gesagt. Träumt nicht. Das ist nicht. Das kann nicht sein. Das ist so und so. Da habt ihr immer wieder gehört. Nicht Träumen. Realitätsverlust. Bleibt realistisch. Das ist ein essenzieller Baustein der Bewusstheit. Wenn ihr Euch über diese Sachen erheben könnt, wenn ihr darüber mal reflektieren könnt. Ist das wirklich Träumerei? Ist das Realitätsverlust von dem der Mensch da vor mir redet? Es fühlt sich doch eigentlich so gut an was er sagt. So seid ihr erzogen. Ihr sollt nicht selbstständig bewusst denken. Ihr sollt nicht aus der Gesellschaft ausbrechen. Ihr sollt Verantwortung für sie übernehmen. Damit die Gesellschaft in der Form wie sie existiert auch weiter überlebt. Trennt die Gesellschaft von den Menschen. Die Gesellschaft ist eine eigene Institution die nichts mit den Menschen zu tun hat. Sie hat eine ganz eigene Dynamik. Eine Gruppendynamik. Ich rufe dazu auf die Gesellschaft zu bekämpfen. Sie auszunutzen um das System der Gesellschaft zu Fall zu bringen indem ihr die Menschen liebt und sie aufklärt. So dass Menschen ihr eigenes Leben können und durch ihre Entfaltung ihrer ureigensten natürlichen Energie auch wieder etwas schaffen. Und das nennt man Gemeinschaft. Es werden Gemeinschaften entstehen voller Freiwilligkeit und Nächstenliebe. Gesellschaften mit Reglementierung sind dann nicht mehr notwendig. Aber dafür muss die geistige Evolution vorangetrieben werden. Von Generation zu Generation. Und der Gedanke an den Tod und den ganzen Schmotter aus Sorgen, Hass und Ängsten hinter uns zu lassen. Das ist wichtig. Lebt bewusst und öffnet Euch körperlich wie geistig. Lebt die Liebe und liebt das Leben. Ich habe Dir im Memento Mori.